Herzlich willkommen zur zweiten Lektion des IMUX-Kurses Programmieren lernen mit Byton – Objektorientierte Programmierung. In dieser Episode werden wir unser Wissen aus Lektion 1 anwenden und uns ansehen, wie Klassen in Byton aufgebaut sind. Zu diesem Zwecke habe ich einige Code-Snippets vorbereitet. Sehen wir uns direkt die erste Klasse an. Um zu signalisieren, dass wir eine Klasse definieren wollen, verwenden wir in Byton das Schlüsselwort class. So weiß der Interpreter, was wir beabsichtigen. Als nächstes kommt der Name bzw. Typ der Klasse. Objekte, die von dieser Klasse instanziert werden, haben dann diesen Namen als Typ. Als nächstes haben wir drei sogenannte Member-Variablen. Typ und Fahrername sind jeweils vom Typ String und die Platzanzahl ist natürlich vom Typ Integer. In Byton wird der Variablen-Typ durch Zuweisung festgelegt. Da diese Werte jedoch von Instanz zu Instanz unterschiedlich sein können, verwenden wir die Platzhalter für die Definition. Alle Variablen und Methoden, die wir in der Klasse festlegen, werden uns später zur Verfügung stehen. Als nächstes haben wir den sogenannten Constructor. Gleich wie bei normalen Methoden wird das Schlüsselwort dev verwendet, um eine Funktion zu definieren. Der Constructor ist eine spezielle Methode, die bei der Erstellung eines Objektes der Klasse automatisch aufgerufen wird. Meist werden im Constructor die Member-Variablen mit den Anfangswerten gefüllt und erste Funktionen ausgeführt. In den meisten Sprachen hat ein Konstruktor den gleichen Namen wie die Klasse. Aber in Byton verwenden wir das Schlüsselwort init, um den Interpreter mitzuteilen, dass es sich hierbei um einen Konstruktor handelt. Sehen wir uns als nächstes die Parameterliste unseres Konstruktors an. An erster Stelle steht das Schlüsselwort self. Mit self können wir auf andere Methoden sowie auf die Variablen der Klasse zugreifen. Wollen wir also den Fahrernamen dieser Instanz einen anderen Wert zuweisen, müssen wir self.driver verwenden. Die anderen Parameter der Liste sind relativ selbsterklärend. Wir können dem Konstruktor den Typ des Fahrzeuges, die Anzahl der Plätze sowie den Fahrernamen mitgeben. Am Ende dieser Klasse haben wir auch noch eine andere Methode namens Print Data, die uns lediglich die Werte unserer Member Variablen ausgibt. Wir werden dann in der nächsten Lektion auf Methoden wie diese eingehen. Bevor wir nun zur Instanzierung unserer Objekte übergehen, sehen wir uns kurz das Schlüsselwort import an. Klassen werden normalerweise in eigenen Dateien geschrieben, um leichter einen Überblick zu behalten. Solche Dateien werden auch Module genannt. Es stehen auch zahllose Module wie zum Beispiel MAF zur Verfügung, was einiges an Arbeit abnimmt. Nach diesem kleinen Exkurs kommen wir wieder zurück auf unser Beispiel. Wir sind wieder in unserem Hauptpfeil angelangt und haben unsere Klasse bus importiert. Nun wollen wir zwei Objekte namens bus1 und bus2 vom Typ bus erstellen. Wir sehen, dass die Objekte für den Klassennamen in Kombination mit den Klammern initialisiert werden und wir nicht explizit init aufrufen. Wir übergeben die Daten an den Konstruktor. Für den ersten Bus haben wir den Typ 3a gewählt. Es stehen 38 Plätze zur Verfügung und der Name des Fahrers ist John A. Der zweite Bus ist vom Typ 17b, hat 42 Sitzplätze und der Fahrer ist Klaus M. Wir haben nun unsere ersten Objekte instanziert und können nun über die Objektreferenz die Methoden unserer Klasse aufrufen. Als nächstes rufen wir über unsere Referenz die PrintData Methode auf. Wir wissen, dass diese zwei Objekte den gleichen Typ besitzen. Aber die tatsächlichen Daten sollten sich in unserem Fall unterscheiden. Anhand der Ausgabe sehen wir, dass dem auch so ist. Wir wissen also nun, wie eine Klasse definiert wird, wie ein Konstruktor aussehen könnte und wie man Objekte initialisiert. Sehen wir uns nun das nächste Beispiel an, das einen ähnlichen Aufbau hat. Hier definieren wir eine Klasse mit dem Namen BusTyp A und weisen den Member Variablen Werte direkt zu. In unserem Beispiel akzeptiert der Konstruktor nur einen Parameter, sonst ändert sich nichts. Sehen wir uns direkt die Instanzierung an. Wir haben wieder zwei Objekte erstellt und dem Konstruktor einen Fahrernamen übergeben. Wie wir sehen, haben wir danach direkt den Typ von Bus1 zugegriffen und den Wert von 17b auf 3a geändert. Wir können also direkt über die Referenzen auf Variablen zugreifen und manipulieren. Sehen wir uns eine weitere Variante unserer Busklasse an. Der Unterschied zum vorherigen Beispiel ist, dass der Konstruktor Parameter Driver eine direkte Zuweisung zu haben scheint. Was bedeutet das für die Initialisierung von Objekten? Wir können Objekte vom Typ BusTyp B nun auf zwei Arten instanzieren. Einmal ohne Parameter und einmal mit einem String als Parameter. Wir haben für den Konstruktor einen sogenannten optionalen Parameter verwendet. Wenn kein Argument übergeben wird, wird man im Aufruf der angegebene Standardwert verwendet. Andernfalls wird dieser durch den übergebenen Wert überschrieben. Optionale Parameter müssen immer nach den geforderten Parametern definiert werden. Wir können also unsere Parameterliste nicht mit optionalen Parametern beginnen. Objekte können nun auf die verschiedensten Arten und Weisen instanziert werden. Wir haben nun die Basics der Objekterstellung gesehen. Kommen wir nun zu einem Konzept, das es uns ermöglicht, den Zugriff auf Klassen zu steuern – die Verkapselung. Standardmäßig sind Variablen und Methoden public, also öffentlich zugänglich, was bedeutet, dass wir ohne weiteres von außen auf sie zugreifen können. Um in Python eine Variable als private zu markieren, verwenden wir nicht das Schlüsselwort private, sondern zwei Underscores vor dem Variablenamen. Somit wissen wir, dass auf diese Variable von außen nicht direkt zugegriffen werden sollte. Zwar erschwert beiden den Zugriff auf private Variablen etwas, jedoch kann man auf sie leicht zugreifen, wenn man den richtigen Namen verwendet. Sehen wir uns gleich dazu ein Beispiel an. In diesem Beispiel haben wir eine Klasse Dog, die auf den ersten Blick lediglich ein Attribut besitzt. Im Konstruktor jedoch definieren wir ein zweites Attribut, das als private markiert ist. Versuchen wir nun, diese Variable von außen zu manipulieren. Direkt können wir in unserem Fall nicht auf diese versteckte Variable zugreifen. Der Interpreter hat den Namen etwas verändert, um Namenskollisionen zu vermeiden. Wir können jedoch auf die Variable zugreifen, wenn wir den richtigen Namen kennen. In unserem Fall können wir den Wert über Bello underscore Dog underscore Private underscore Variable manipulieren. Am Ende haben wir Bello erwischt. Dieses Beispiel zeigt, dass es möglich ist, das Konzept der Verkapselung zu umgehen. Man sollte dies aber auf keinen Fall machen. Somit endet unsere zweite Lektion. Wir haben uns in dieser Lektion das Wissen aus Lektion 1 angewandt und unsere ersten Klassen erstellt und Objekte instanziert. Des Weiteren haben wir uns Verkapselung in der Praxis angesehen und wie Beiden damit umgeht. In der nächsten Lektion werden wir uns mit den Themen Methoden, Dekoratoren und Objektlebenszeit beschäftigen. Bis demnächst.